Ja, hallo und schönen guten Tag. Heute ist der 23.07.2013 und wir haben heute im Rhein-Erft-Kreis eine besondere Gewitterlage. Wir haben schwülheiße, energiereiche Luft, die wirklich jetzt alles zeigt, was sie hergeben kann, nämlich schwere Gewitter werden hervorgerufen. Zurzeit haben wir hier über Rämmschwein eine große Gewitterzelle, die wunderschöne Cumulus-Kongestus-Wolken hoch zeigt. Erste Blitze, Donner sind schon zu hören. Des Weiteren haben wir auch im Kreis Düren, im Kreis Heinsberg, Mönchengladbach gehen Gewitterzellen hoch. Man kann sich heute quasi diese Gewitterzellen aussuchen, welche man anfahren möchte und das werde ich heute versuchen. Ich werde heute versuchen, schöne Bilder, Eindrücke zu filmen und auch vielleicht ein paar Blitze. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020